Warum hat man früher feilblau benutzt? Was hat das gebracht? Ja, du wolltest es rausgeschmissen. Was wurde benutzt? Warte, ich gehe nochmal raus, Druck verlassen. So, jetzt, muss ich nochmal eine einladen? Nein, weil wir im Bett sind. Nein, wir sind im Match, du musst uns nachjoinen. Nudelsalat, eigentlich nur Spaß, die ist im Gegner-Team, das wird schon. Aber wir brauchen gar keine E-Line-Familie, das kriegen wir einfach nur waschen. Ja. Wir sind jetzt vier Leute, wir würden was machen. Wir teilen uns einfach auf, oder? Nein, ich würde erstmal sagen, wir gehen alle erstmal A-Line und dann, wie der Bedarf ist, teilen wir uns auf. Okay, also erstmal A-Line spawnen. Ja. Ach komm, ich spawn mal meine Pyramiden-Vertrissen, die jeder mal leveln muss. Wir gucken einfach mal, wie es aussieht bei unserem Team. Ich denke, die werden alle auf eine allein gehen. Ich kenne unser Team, ja. Na, da bist du. Na, da bist du. Hm, spawn mal bei A4, bitte. Äh, ich bin jetzt bei Leon, Leon Adolfssohn und Livio-14. Ja, scheiß drauf, ist ja nur der Squad. Du bist ein Match, ja. Alter, wir haben wieder so viele... Freddy, hast du einen Kübelwagen? Ja. Wie lange es wieder gedauert hat, bis ich den Kübelwagen anklicken konnte. Nice. Na, warum fangen wir hier hin? Na ja, egal. Ich baue P. Ja, ich auch. Ich auch. Okay, cool. Wir fahren gleich weiter. Ah, ich hab gar keinen Zorn. Na, nehmen wir hier bitte mit. Nee. Nee. Aufspawn. Genau. Wir haben wohl aufspawn hier, na ja. Wir haben uns ja aufgespawn, also kann man eigentlich nix gegen sagen. Und auf der D-Lane haben wir viel zu wenig Schleute. Ja, gehen wir rechnen. Oh, ich hab die Scheiß-Position. Ich geh ganz nur ab. Wir sind abgesprungen, hast du gesehen. Drück C. Dann bist du richtig. Wir müssen ein bisschen besser ran und so. Fahren wir B, oder? Wie meinst du? Nein, mach doch. Oder? Na toll. Ich hasse es. Ich hasse es. Diese eine Stelle, Mann. Die ist so nervig. Ich bin mit meinem Panther voll gegen die Panzersperre gefahren und explodiert. Das ist schön. Oder wenn du dazwischen da reinpackst, da kommst du nicht mehr raus, ne? Zwischen die Panzersperre und dem Stacheldraht, kommst du nicht mehr raus. Und ich hab's mal geschafft aus dieser Fort, da bin ich in den Boden reingepackt. Und dann war mein Fahrzeug angeblich unter Wasser und ist kaputt gegangen. Ich schieß nicht. Was sind das? Ich schieß ja auch nicht. Ich sag's ja. Ja. Wann darf ich schießen? Die haben nicht mal A2 gecappt. Wir stellen uns nämlich jetzt hier hin. Und? Mann, jetzt hab ich nicht geschossen. Ja, solltest du ja. Scheiße ist ein Panzersperre und Panzer. Oh! M2 und Steward da oben. Ich hab nichts gegen Panzer dabei. Ich bin tot. M2 hat mich in den Fuß reingeschossen. Äh, gehen wir mal D4, okay? Ja, ja. Ich baller die ganze Zeit auf den Armee drauf. Er zieht die Pistole Kopfschuss. Wir brauchen D4. Wir müssen es halten. Wir brauchen es ja nicht. Wo seid ihr? D. Ich hasse es zu schwimmen. Ja. Ich muss K. 90 raus. Bestimmt schon drücken anfangen. Ja. 3 Leute. Gut, am besten Sorge der Panzer schreckt ihr hier hin. Und dann stellt das auf das alte... Zwei Leute da. ... auf das alte... ... auf dieses Dach da. Wieder 3. Ah, toll. 5. Okay, gut. 5, 3. Jaja, aber das sind drücken anfangen, glaub ich. Unten bei dir, Freddy. Unten. Wo sind die 3? Johnson. Kinheims. Ähm. Was war das? Äh, bei mir war es nicht. Theo? Bei mir auch nicht. Achtung, M2 kommt, M2 kommt. Die kommen, die kommen. Von der... Auf der Brücke. M2 ist gleich, ja. Okay, ich weiß auf jeden Fall was mein nächstes Projekt ist. Scheiß K. 90 hochleveln beim Panzerschrecktuben. Warte, 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 warte. Kannst mir sagen was du willst. Ich finde das aber... Scheiße, das ist der Panzer. Wo ist der? Rücken anfangen. Da kommt ein Panzer. Ein Panzer kommt auf die Brücke. Alter, wie... Oh, ich bin nur... Nein. Tank. Zwei Stück müssen da sein, ne. Wie viele sind da? Zwei, glaub ich. Sind da Tanks drauf? Nein, er hat mich. Nein, er hat mich. Bei meiner Position. Ich komme. Hintere Brücke. Ich probier mal. Komm, ein Vogel. Ja, scheiße. Ich komme. Ich hole die Schreck jetzt. Ich auch. Ich gebe auch den Sack. Fuck, den M5, der steht weiter hinten, da musst du aufpassen. Ja, ich hole auch mal Schreck. Ich mache hier meine Special Tactics. Warte mal. Der Spawn bei mir auch. Ich brauche über die E-Line. Ja, ja. Dann müsstest du nur spawnen. Na ja. Das dauert ein bisschen. Und ihr müsst walten, ne? Dann schnippeln wir die beide von hinten weg. Go, 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 go. Ihr müsst die halten. Wir dürfen die nicht verlieren. Ja, ich bin schon da. Dann ist gut. Aber wir haben die verloren. Das Spiel. Oh, die nehmen hier hart unter Beschuss. Alter. Eine Mini-Boden, Alter. Fühl mich am Leckerli. Alter. Ich werfe meine Tastatur erst durchs Fenster. Kannst nicht Auto fahren hier. Ist schlimm. Nein, der Panzer hat mich schon wieder. Wie viele Meter sind denn das? Keine Ahnung. Wir machen dir recht. War's schon. Du musst... Warte mal, warte. Stop, 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 stop. Erst rechts auf den ist du. Oh. Eines waren. Zerstört. Wo ist der M2? Wo ist der M2? Wo ich getroffen hab. Hinter dir. Der M2 ist weg. Ja, ich hab den Sniper. Ja, ich hab den Sniper. Wo ist der M2? Der Brücke ist noch ein Sniper. Ja, ich will wieder K890 und setz mich mal auf O. Und die Erde. Ja, perfekt. Hab mal andere. Hab beide. Du brauchst ja irgendwelche mal Heilung. Brücke ist frei. Ich hab Eidon. Gut. Nee, ein Gegner. Kommst du mir zu dir. Tot. Hier bleibt beim Brücken anfangen. Ich komm. Komm. Toll, das geht rein. Von der... Von der... Bei der Ding ist ja wieder ein bisschen runter gespürt. Da kommen wieder zwei Gegner zum Brücke. Äh, zum Brücke. Das sind... Zum Brücke. Gut, ich franz mal an. Ich mach dich besser. Ja, gut. Liegt da vorne ein geiles Gewehr? Da fliegt ne Leiche gerade runter. Geil. Da ist ein Sniper. Achtuung! Oh, was ist das Sorge? Ich bin da. Nicht mal ne One-Shot-Sniper. Was ist das denn bitte? Du sollst immer noch Heilung auf den Kugelwagen packen. Ich hab aber keine Heilung. Wie kannst du keine Heilung für den Kugelwagen haben? Das kann man ganz einfach aussuchen. Mach das. Unbedingt. Ja. Nach der Runde machst du das drauf. Ja. Ja. Das ist das Wichtigste. Munition brauchst du nicht. Ey. Man, ich weiß nur noch nicht. Es sei denn du bist irgendwie Anti-Tacker mit der Schrecke oder so. Und selbst da will ich lieber einen Kettengrad mit... äh... Munition. Ich hab beide da mit Munition. Da ist jemand dabei. Ja. Ja, ist tot. Ne, ist tot. Ist tot. Ist tot. Oh, Sheffy, 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 Sheffy. Ich bin Meter. Put 100. Ja, so circa. Warte, warte, ich... Sniper, 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 Sniper. Ja, Aria, Aria. Ja, ein Sniper. Okay. Oh, ich hab nichts jetzt noch bekommen. Uh, Gehalt von Hundi. Oh ja. Danke. Bitte, bitte. Bitte, egal. Jetzt ist meine Johnson weg. Jetzt ist meine Johnson weg. Ihr habt ja aller richtig krasses Aim. Na klar, Alter. Easy peasy. Sam is crazy. Ja, Aim, äh, äh, hier, hier, äh, Dingscheck, ne? Ja. Hm, das ist ein Busch. Okay. Was ist ein Bischof? Da kommt ein Panzer. Da ist ein Blast auf Disaster. Also D3 ist leer. Ja. Du hast wieder Haltung hier, warte. Ja, warte, hier. Wir werden von unten geschossen. So, bleib hier. Danke. Deswegen hab ich hier dreimal Haltung drin. Ah, das ist toll. Hä, ist da ge- Oh, da ist ein Panzer. Wo? Links von uns. Ich merk wie er hier reinschießt. Er steht dort auf dem Berg. Ja. Die Markierung war total scheiße, aber vielleicht. Genau, Headshot natürlich. Genau an dem Baumhundi. Ja, weiß gar nicht. Bisschen hinterm Busch. Ach, hier hab ich da wieder ein Headshot angefangen. Ach, bisschen hinter rechts im Busch auch noch einer. Sitzt da einfach nur drumrum. Irgendwo sind hier Typen. Ich schieß mit ner Panzerfaust, aber die wird durch ne unsichtbare Wand abgefangen. Also T3, du hast doch keine Ahnung, oder? Nein, ich hab immer noch meinen tollen mit der D3. Ja, warte kurz, ich hol dich mit zu D3. Ah, ja, ich lern schon noch. Ich muss alleine. Ja, okay, gut. Der Schäffi steht da oben immer noch, ich krieg den nicht. Kann ich kurz hinbringen? Okay. Kann ich kurz hinbringen? Knapp, knapp daneben. Okay, dann, da steht jetzt auch noch ein M5 da oben, ne? Und er hat ihn. Soll ich dich mitholen? Ich bin tot. Ah, super. Egal. Dann hol ihn doch jetzt mit, wenn er spawned. Ist D2, sind da viele? Ich hab keine Ahnung, ich guck, geh mal rein. Na, Freddy spawn, ich hol dich mit. Ja, ja, ja. Ich hab jetzt das Scheißgefühl, dass die jetzt alle aus ihrem Verstecken vorkommen. Da kommt ein... Der Chevy kommt durch. Der Chevy kommt durch. D2. Gas. Einer ist da. Einer ist da, einer ist am Ziel. Fahr mal oben rum. Oh, diese Leute mit ihren... Hinter uns scheint noch ein Fahrzeug zu sein. Im Haus ist er. 2-2. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen wegen der A-Line, ne? Die sind jetzt bei A3. Ja, das sei denn. Ziehst du den, Chevy? Aufm Feld nach vorne, ne? Drei Leute am Ziel, wir verlieren. Ja, ich fahre da hin. Ja, bleib ein bisschen weiter, wir sind jetzt... Ja, stopp, 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 stopp. Wer fährt? Sobald wir A4 verlieren, zwingen wir auf A3 zurück. Exel! 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 Einer weniger bei D2. Oh, geil! Ich bin nehm ein. Oben, ne Granate drin? Nice! Ich hab hier nur einen sitzen sehen. Granate rein. Ich bräuchte eigentlich auch mal Granaten. Wow, neun Leute hier. Hier gibt's keine Munition. Keine Munition? Doch! Hier ist Munition. Er rennt zu Panzer, das bringt's immer. Oh ja, ich bin tot. M4. Oh nein, er hat mich, er hat mich. Ja, sag ich mal, muss spawnen direkt. Ja, mach ich. Ja, ich wechsle mal wieder Soldat. Wir gehen jetzt auf Angriffe und machen die Seite hier zu. Kommt noch ein Panzer ein, wie fahren die? Okay, nur noch 8 Stunden. Gib Gas, äh, ich kann nicht bei dir aufspawnen. Oder du hast kein Auto, ne? Ich werd hier angeschossen, aber ich weiß nicht von wo. Ach so, der Panzer. Ja, ich hol mich nicht mehr, ich guck so mal ein bisschen. Okay. Ist der Panzer down? M5 ist down, aber da kommt noch ein Jeffy zu euch. Ja, Jeffy kommt durch den Wald. Ich fahr mal D1 und schau mal, wie es bei D1 steht. Nein! Jeffy ist im Punkt. Die kommen von hinten. Von hinten kommen sie durch. Also D1 ist grad kein Gegner, ne? Doch jetzt einer. Rechts in dir, Theo. Der ist tot. Geh mal rüber zu D1. Boah, dieses... Du hast immer noch kackt. Die neben A3 ist auch schon ein. Ja, ja, weil den A3, wie gesagt, um ja, 4 verlieren dann direkt. Ja. Nur wir sind jetzt gerade bei D... Ich knack meinen Kübelwagen, okay? Wo ist der am Fund? Ähhh... Hinter D1. Zu der am Fund. Okay, ich knüpple den. Glaube ich. Habe ich ihn das letzte Mal zumindest nicht gesehen. Will irgendjemand mitfahren? Ne, ich muss ja... Wir stehen jetzt 2 zu 1. Ja, wir kommen. Ja, wir kommen. Ja, ich komme, ich komme. Keine Sorge. Ja, fünfmal bekommen wir jetzt. Der ist da gerade reingekommen. Hundi. Also ey. Ich hab' gesehen. Du bist mir voll in den Schuss reingelaufen. Ich hab's gemerkt. Oh, er trifft. Andere Seite. Hundi, siehst du ihn? Ja, unter uns kommt der Steiner. Bin da. Wo meinst du andere Seite? Direkt andere Seite. Wer haben's? Oh, bei mir ist ein Sniper. Wer denn? Nein! Dude. Als ob, ich kann den nicht treffen. Die mit ihren Granaten. Wir haben keine Granaten rein. Der ist. Nein, MP. Und 3 HP. Ja, jetzt sofort A-Linie. Also komm, dass du ihn nicht seht. Die schläfst du halt mit. A-Linie müssen wir jetzt safen. Ach, hier ist ein Fahrzeug. Ja. Ich spawne schon mal A-Linie. Ja, ja. Hier nimmt ja keinen Schadetikanal. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch A4 verteidigen. Only Death. Ja. Möcht' ich mir auch sagen. Weil da sind doch ziemlich viele rum. A ist fast alle. Ja, A sind viele. Ah, Mist. Jetzt guck' mal, die haben nur noch 131 in. Ja, wir sagen eigentlich nicht, die abtraben, aber. Die abtraben nicht, aber. Guck' mal auf die Zeit hier. Ob wir wollen oder nicht wählen, wie die abtraben. Wir müssen. Weil A-Linie kann ich jetzt wieder nicht treffen. Wir müssen aufpassen, weil A4 ist wirklich voll. Scheiß. Boah, ich. Wir haben auch keinen Scheiß. Wir haben nur Scheiß vor uns. Damit keiner gleich O geht, ne? Also kein Gegner darf durch zu O. Aber sonst wird das nur noch so ein Rückwärtsspiel. Wir probieren einen Punkt zu deathen, verlieren aber bei den anderen Punkt nicht. Soll ich schon mal auf O gehen? Nein. Das Fahrt sieht so aus, jetzt sind nur noch zwei Gegner hier drin. Boah, der hat ne S-Mine gelegt, ne? Ami-Motorrad-First-Person-Fahren. Das geilste, was ich mir vorstellen kann. Ach, von da ab? Okay. Ja, ne. Wie viele sind denn drin? 2. Gut, dann komm ich mal nach. Warte mal, dann change ich mal. Ich geh mal zu Inf-Sniper, ne? Ja, wieder nicht treffen. Alter, Insta-Headshot. Genau, als ob der mich genau hier gesehen hat. Naja, ich rum 1-P40 raus. Komm, wer die aufgeregt. Kann ich gerne angreifen, aber... Nein, einer mit M1919 oben drin. Im Haus. Kannst du... Kannst du nur noch mal Granate reinwerfen? Ja, ich hab keine bei. Verstehen wir nicht, wie die Gegner M1 sehen? Oh Gott, wer spielt denn hier im SCG mit's Gold? Ja, das ist auch... Nein. Äh, Hunni, oben ist einer drin mit M1919. Den hab ich geplättet. Garage. Gut. Feier auf der Garage. Dann hattest du STG mit Scope. Eine Granate ist drin. Oh Gott. Kann ich das STG mit Scope mal haben? Ja, kannst du. Ich muss die nur noch finden. Ach, die haben ne kleine Änderung. Niiiice. Theo, komm mal. Komm mal zu mir. Ernsthaft STG mit Scope. Nein. Find's auch komisch. Was verwundet ihr mich alle? Tut mir leid. Ich würde den Wagen kaputt schießen und da ist da noch einer drin. Okay. Auf jeden Fall kannst du neben der Garage, wo diese ganzen Fässer stehen, jetzt auch durchgehen. Der konnte schon seit 6 Jahren. Echt? Ja, war mein. Och man, kann mal jemand zu mir kommen? Richtig, ich brauch Granatengebütze. Ich komm hier nicht hoch. Ah doch, ich bin hoch. Passt schon, danke. Fucking, fucking American. Los geht's. Er ist Murikan, aber okay. Ich geb euch mal ein bisschen Deckung von hinten. Wenn ich mit nem Sturmgewehr Kills mache, krieg ich dann, äh... Infanterieangriff. Ja. Ja, krieg ich? Okay, gut. Du kriegst das. Ich glaub sogar ein bisschen mehr als mit nem SA-Wifels, oder? Ja, ist ja klar. Was sind das denn für Granaten, die wir werfen? Ah, Granaten muss ich auch werfen, genau. Whee! Ja, ich auch. Warte, das ist dumm. Wie er die wirft. Er wirft die Aufsicht, ich springe der Sekunde hoch, ich sterbe davon. Das ist geil. Drei Kills, ein Thompson-Magazin. Easy. Oh, ich lass es in 2019 hier. So. Granat ist irgendwo. Gut. Ich hab mir auch keine Kills machen, aber das geht ja nicht. Ich seh keinen Gegner, das ist unfair. Ist ja auch nicht. Ich will die alle wegschneißen. Beim Baum ist da hinten einer. Ja, den seh ich von hier aus nicht, oder? Warte mal, ich kann mal einen Kleinschatten nehmen. Aua, Sturmgewehr 45 mit Scope ist ja richtig übel. Äh, ab bis 100 Meter, ja. Ab 150 Meter, nein. Und teuer, ne? Ja, aber das ist... Teuer geht doch. Ja, aber aufgehoben, stört der nicht. Es ist irgendwie keiner am Wald. Ja, das nervt mich voll. Das ist unheimlich. Ja. Die sind am Ziel. Freddy, rück mal ein bisschen auf. Ja, muss ich. Ich hab nur hier kein Auto. Doch, ich hab glaub ich hier ein Auto stehen. Wenn nicht lauf. Oder Level Heavy ist das. Oder wer hat durch zwei Fische durch aus dem Fenster raus weggeballert, weil dein Fahrrad so laut ist. Nein. Ich komm mal zu euch. Let's go. Ohhhh. Ich hab noch kein Kind mit dem Card gemacht. Alle, alle, alle leben, alle, ähm, der, wir sterben alle und der Sanitäter, der neben mir war, der bleibt leben. Go, 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 go. Ohhhh. Ah ja, der Tui feiert mit dem Headshot rein. Ja, mich auch. Ach, ich auch. Ja, das ist sogar... Ja, dem report ich mal kurz verlegt. Einer da? Ja, 45, 20 Headshots, ja gut. Wenn der nicht hackt, weiß ich auch nicht mehr. 46, 21 Headshots ist das unfassbar. Theo, die Thompson hat die Idee wie Fuchs, der Amis ist halt in die Zeit drin, also, ja. Der kann, der kann mir nicht erzählen, dass er um die Ecke springt auf mich zu rennen und mit dem Headshot rein rückt. Ja, das ist bei mir jedes Mal, jedes Spiel die Runde. Das, nein. Habt ihr ein Fahrzeug oder läuft hier? Das kann mal, kann mal Lucky sein. Warten, eine Sekunde. Ich will bei dir rein. Ich bin nur rausgefressen worden. Ich bin nur rausgefressen worden. Aber möchte, dass er rein... Oha. Ah, wir haben einen APC, das nach vorne fährt, sogar ein richtiges. Ohoho. Hier wird Headman geweckt. Nein. Ab in. APC, fahr zu A1. Hey, da schießt ein scheiß Sniper aus deinem Haus da. Ja, also. Hab ihn. Das APC ist ja richtig dumm. Noch einer. Ach, man holt dem APC keine Leute mit. Die sollen rein spornen. Ja, ich weiß, das ist so Punkte geil. Ich bin hier auf dem Ballen drauf. Man ballert auch nicht grundlos dem APC zu durchgehen. Das ist das Fensterverletzung. Fahre. Ich hab's noch nie APC gefahren. Oh, der hat wieder den Gantscherbein. Er hat nicht mal Leben hinten drauf. Mein, 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 mein. Wie der Reihenhack des Soles ist. Unfassbar. Ich möchte mich heilen. Aber gut. Ist der Typ geil mit seinen Hacks. Wieso muss man denn mit der Reihenhacken? Das ist doch mal Leben. Dann hab ich ziemlich hart nen KGB. Wir schießen vom Spawn aus. Mit der Pistole. Wo ich sitzen? Direkt Haupteingang, wenn du reinkommst. Liegt da auf dem Boden. Ja, ich weiß, da ist einer mit nem M1. Der zieht alle ab. Wo ist ne Granate rein? Haupteingang. Einfach reinschmeißen. Der liegt da auf dem Boden. Wir haben ja die mit dem M1 in dieser Runde richtig krass. Ja, ich bin tot. Natürlich. Warte. Warte. Natürlich stehen in die Garage zu 5. Weil, ja. Also ich versteh immer nicht, wie die da immer hinkommen alle. Die auf ne Granate rein auch immer ist er da gar nicht mehr. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Das ist unfassbar geil. In America stehst 08, ne? Und 50, 24 Headshots halt. Dann wird's creepy bei dir. Ah, 51. Nein. Headshots. Alter, der Team-Man war denn da jetzt direkt vor mir. Und? Wir haben gewonnen. Nicht. Nicht? Und noch nicht. Naja, komm. Wie viel zu wie viel steht's am Punkt? 6, 5. Maschinengewehr. Ja, das kriegt hier. Maschinengewehr. Maschinengewehr. Oh. Ich, ich hab...